Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 43.600 US-Dollar, es hat sich zu wenig eigentlich geändert seit gestern, nachdem wir einfach nur rumkonsolidiert sind, aber es gibt grundsätzlich bullische News, darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und ich würde sagen, wir starten jetzt wie gesagt sofort los. Momentan 43.600 US-Dollar, wir traden weiterhin hier an unserem Monats-Pivot, weiterhin in unserem Downtrend-Kanal oder Bullflake, kommen wir auch nochmal gleich näher drauf zu sprechen. Es hat sich einfach wenig getan, auch auf den kleineren Timeframes, auf den größeren hat sich wenig getan, einfach diese Konsolidierung genau unter diesen Monats-Pivot. Es wird aber jetzt wirklich wichtig sein, dass wir über diesen Monats-Pivot wieder drüber kommen und zumindest mal einen 4-Stunden-Close darüber sehen oder zumindest mal hier die 4-Stunden-Email-Ribbons antesten. In dem Bereich von ungefähr 45.000, haben wir gestern im Livestream darüber gesprochen, wäre eine Möglichkeit, dann nochmal einen Retest und dann am Wochenende mit Schwung vielleicht nochmal diese obere Trendlinie nochmal anzutesten von dieser möglichen Bullflag. Apropos Bullflag, weil wir gestern im Livestream darüber gesprochen haben, interessante Confluence legen wir zum Beispiel das Pattern von hier unten an, von unseren 37.500 bis hoch zu unserem High und machen es zufällig dann mal hier an dieses Ausbruchsgeschehen, sollte hier wirklich ein Ausbruch kommen, wären wir genau hier in dem Bereich der 55.000, 56.000 US-Dollar und ihr wisst natürlich, was da liegt, da wäre unser Golden Pocket von unserem All-Time-High runter zu unserer Korrektur. Da haben wir ja schon des Öfteren darüber gesprochen, ist für mich so dieser entscheidende Punkt, sind wir weiterhin in einem Bullenmarkt, sind wir weiterhin in einem Bärenmarkt. Das sind so diese Punkte, die momentan dann entscheiden würden. Sollten wir wirklich dieses Breakout sehen, mit einer Bestätigung und dann wirklich einen impulsiven Move nach oben hier in diese 56k rein, könnte das wirklich die entscheidende Phase werden. Da muss man wirklich gucken, wie sich Bitcoin dann da oben verhalten sollte. Ansonsten, die Bullflag möchte ich mal noch nicht rausnehmen. Die Möglichkeit bestünde, nach dem Preisziel würde es halt wirklich perfekt in unsere Zone einfach reinpassen. Ansonsten, Downtrend-Kanal, Konsolidierung, einfach um den Errors-Ei noch ein bisschen auf dem Daily vor allem ein bisschen abzukühlen, wir können mal ganz kurz gucken, wie es auf dem Daily aussieht. Auch hier, wir befinden uns im mittleren Bereich, also 50 ist eigentlich wieder relativ neutral geswitcht, sag ich mal, wir haben 20 nach oben, 20 nach unten noch ein bisschen Luft, bevor wir in den über- bzw. ja doch überverkauften oder übergekauften Bereich wiederkommen. Es sieht gut aus, die Daily EMA Ribbons, habe ich gestern früh im Video vergessen zu sagen, wurden auch nochmal getestet. Also es sieht auch gut aus, unsere Demand, die Ribbons, der Pivot, der 200er SMA, der 200er EMA auf dem 4-Stunden-Chart. Also da kam wirklich eine Menge, Menge zusammen. Trotzdem ist es wichtig, noch die Worst-Case-Szenarien zu kennen. Und das würde weiterhin hier in diesem Bereich liegen, sag ich mal, sollten wir jetzt hier unsere Korrektur noch ein bisschen weiter fortführen, wäre weiterhin dieser Bereich um 39.7 bis 39.000 US-Dollar möglich, aufgrund dieses Monats-S1 hier unten und unser Golden Pocket von dieser Aufwärtsbewegung würde dann hier unten enden bzw. würde dann hier unten liegen und das Golden Pocket wird früher oder später gerne angelaufen. Aber ich möchte jetzt hier keine Panik verbreiten, einfach mal im Hinterkopf behalten. Sollten wir wirklich hier unsere gelbe Trendlinie vor allem da noch brechen, wäre das natürlich ein Szenario, wo wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Ansonsten habe ich ja gesagt, es gibt bullische News. Zumindest gibt es Gerüchte, dass Madeira und Honduras, Honduras wurde ja schon, ich glaube, seit einer Woche oder zwei Wochen geplänkelt oder wie man auch immer dazu sagt, vermutet. Madeira aber jetzt auch anscheinend. Und ich glaube, Mexiko war auch noch so ein Land. Also jetzt kommen jetzt so langsam wieder diese News. Vor allem jetzt wieder vorm Wochenende. Also deswegen so kleine Warnungen, wenn jetzt irgendwie heute oder morgen irgendwelche News kommen, rennt nicht dem Kurs hinterher. Vor allem Richtung Wochenende ist es halt wieder sowas. Ich kann mir dann gut vorstellen, dass wir einfach hier wieder nach oben pumpen, steil und am Montag dann halt einfach wieder diesen Breakdown kriegen beziehungsweise Dienstag. Also bitte nicht jetzt irgendwie, wenn da irgendwelche News kommen, wenn irgendwelche Länder das jetzt legalisieren oder als Legal Tender machen oder sonst irgendwas, bitte nicht irgendwo jetzt hinterher springen und sagen, hey, ja, jetzt muss ich noch hinterher springen, sonst bin ich zu spät. Macht das bitte nicht. Betreibt weiterhin die CA. Wenn ihr jetzt in einem Long Trade drin seid, könnt ihr euch dann freuen, nehmt aber deutlich Profite dann. Aber bitte nicht hinterher rennen. Es sind Gerüchte. Wenn es bewahrheitet wird, ist es ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für viele Länder wahrscheinlich. Ansonsten bitte nicht FOMO hinterher springen. Ist mir ganz wichtig. Gut, dann schauen wir uns Ethereum an. Ethereum, gleiches Bild, Konsolidierung, Demand getestet, 200er, EMA zieht hier langsam ein bisschen nach. Auch hier so ein kleines W-Pattern auf den 4-Stunden-Stand. Das sehen wir bei sehr, sehr vielen Altcoins mittlerweile, aber es ist halt kein Muster. Ansonsten wichtig, auch hier, wir müssen die 4-Stunden EMA-Ribbons einfach nach oben hin wieder mal verlassen und dann möglicherweise wieder als Support bestätigen. Es ist halt jetzt Wochenende. Passt mir alles ehrlich gesagt nicht so in den Kram rein, dass wir jetzt hier nach oben wieder pumpen könnten jetzt in Richtung Wochenende. Aber gut, was will man machen? Montag, Dienstag dann Breakdown. Wäre so die Alternative, die ich mir auf jeden Fall gut vorstellen kann. Gut, fangen wir an mit ein paar Altcoins. Cardano, leider nicht an unsere 1-Dollar-Marke gekommen. Ich möchte es auch nicht beschreien. Es ist eine Möglichkeit. Guckt euch den 4-Stunden-Chart an. 200er, SMA liegt hier unten in dem Bereich von 1 Dollar, also dieser psychologischen, wichtigen 1-Dollar-Marke. Ich möchte es nicht beschreien. Mir war es lieber. Das Ding zieht hier noch ein bisschen einfach nach oben. So nach und nach. Und, ne, so wollte ich es nicht. So zieht hier langsam nach oben dann irgendwann. Und wir kriegen dann unseren 200er-SMA-Test irgendwann. Aber nicht jetzt, sage ich mal, dass wir nochmal die 1 Dollar... Es wäre einfach zu offensichtlich, glaube ich. Zu viele Leute warten, glaube ich, auf die Möglichkeit, ey, 1 Dollar nochmal. Jetzt kaufe ich aber ein. Und dann kriegt ihr eh nicht die Chance. Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Momentan auch hier ein bisschen Konsolidierung. Vielleicht auch so eine Art Bärfleck. Da muss man halt noch ein bisschen aufpassen, dass viele Kurse halt auch so ein mögliches, entweder eine Bärfleck oder so ein mögliches Rising Wedge bilden. Also es könnte heute wirklich ein interessanter Tag werden. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal einen Breakout sehen. In welche Richtung auch immer. Aber man sieht es hier bei vielen. Wir schauen uns jetzt mal noch... Wo haben wir denn noch? XRP, gleiches Spiel. Auch hier mögliches Rising Wedge. Wo wir eigentlich gedacht haben, okay, wir bilden hier auch ein W. Aber auch eben nicht der Fall. Also auch hier mögliches Rising Wedge, wo es bald nach unten hin ausbrechen könnte. Wobei es hier nicht so schlimm wäre, sage ich mal, dass wir hier nochmal so einen kleinen doppelten Boden bilden und dann nochmal versuchen. Das wäre natürlich viel, viel schöner, als jetzt nochmal zurückblicken bei Cardano, wo dieses W jetzt eigentlich nicht so geil wäre. Also Rising Wedge, Bärfleck, Preisziel, ja, wäre halt nochmal ein bisschen weiter unten. Können wir uns gleich mal angucken. Wäre halt wieder hier bei 91 US-Dollar Cent. Aber, boah, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir uns da nochmal in solche Gefährte runterbegeben, wenn da wirklich diese News etc. pp. kommen. Also, schreibt euch das mal ein bisschen ab. Eher so kleines Rising Wedge, wo wir dann nochmal an den Tiefpunkt des Beginns hingehen. Ansonsten, ihr seht hier das gleiche bei Litecoin. Golden Pocket getestet. Auch hier mögliches Rising Wedge. Wo auch dann hier die Möglichkeit wäre, sollten wir nach unten hinbrechen, nochmal in das Golden Pocket reinzukommen und dann mit einem schönen W, ein schönes Breakout zu starten. Wäre vielleicht auch so der Verlauf für heute. Wir sind jetzt auf dem 4-Stunden-Chart, so ein paar 4-Stunden-Candles nach unten. Dann müssen wir halt gucken, wo dieses blöde 7-E-Gap halt dann schließt. Also, das ist so das, was mir am Wochenende jetzt ein bisschen Gedanken macht. Aber gut, wir können es eh nicht ändern. Schauen wir uns auch ganz kurz Luna an. Luna hat dicken, dicken Support. Haben wir gestern im Live-Stream darüber gesprochen, bei 97 US-Dollar. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir da nochmal hinkommen. Ansonsten 200, SMA 200, EMA Trendlinie, Demand und Pivot liegen genau hier. Also, so, so viel Confluence. Wenn es da wirklich hinkommen sollte, werde ich hier auf jeden Fall eine Long-Position aufmachen. Sollte ich da irgendwie am Handy oder sonst irgendwas sein. Ansonsten gibt es echt wenig zu sagen. Konsolidierung einfach. Entspannendes Wochenende. Ich würde sagen, wir müssen es jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen. Gibt einfach echt wenig zu sagen. Wenn ihr irgendwelche Altconvenche habt, schreibt es in die Kommentare rein. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten hören wir uns ganz normal morgen früh wieder, Sonntag früh wieder. Montag bin ich dann im Urlaub. Da wird wahrscheinlich erst gegen Nachmittag dann ein Video kommen. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Es sei mir Urlaub auch mal gegönnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in den Tag. Wie gesagt, es gibt wenig zu berichten. Auch in den Charts. Wenn es irgendwas gibt, halt hier in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden. Lasst dir ein Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch nicht in der Telegram-Gruppe seid, kommt in die Telegram-Gruppe. Link ist in der Videobeschreibung. Damit genug Werbung gemacht. Schönen, entspannten Tag. Guckt nicht so viel auf die Charts. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.